Ich glaube, mein erstes Back ist voll. Hast du dir zwei gemacht, oder? Ja, ich hab doch. Ich hatte dir doch auch zwei gemacht. Ich hatte, ja, ich hatte zwei. Ja, du hattest. Ich hatte zwei. Das ist die Richtlinie für mich. Ich bin doch gestorben. Ach ja. Ja, ne Ahnung, wie wir die Bocköff umgewandelt kriegen. Kann ich hier einfach so im Wasser lassen? Guck'n wir mal. Sagst du, das ganze Ding ist hier jetzt aus RedStomp-Blöcken? Oh, ist die schon fertig. Hey, fuck. Die ganze Ebene ist aus RedStomp-Blöcken. Geil. Nimm die auseinander, die brauchen wir. Komm du doch runter. Ne. Hier ist auch noch eine Witch. Hallo, Creeper. Autsch. Was war das? Jetzt weiß ich, woher das kam. Sterb, sterb. Ich hatte schon gehört, dass hier auch Fläsche noch geworfen werden. Können nur Witches gewesen sein. Witch-Spawner? Ja. Spawner bis jetzt nicht, ne. Boah, ist das mies. Auf den RedStomp-Blöcken kannst du keine Fakten setzen. Noch nie mit Shift-Links-Click? Ne, das hab ich noch nicht probiert grad. Achso, auch so gern. Nicht sterben. Nicht sterben. Boah. Du wirst mich abstellen. Ach, ja. Ich weiß auch, wie ich gehört hab. Hm? Blaze. Uh, nett. Wo fielen die denn Blöcke? Hm, komisch. Da wurde hier immer nichts zu Ende gebaut. Oh, das war's weißt du. Zwei, zwei Creator-Bags. Boah, du cheatest doch. Ich glaub, die Bags werden im besser. Immer besser. Immer, immer, immer besser. Cheat, cheat, cheat. Block of Diamond Nudge. Ja, ist klar. Und Silver Star. Ach, muss ich noch mehr, alter Schwede. Ich werde was essen, bevor ich hier weitergehe. Das wär noch was, ja. Oh mein Gott. Ja, alter. Baut doch noch mehr Sch... Dinger hier. Ich geh... Mo... Moss Stone. Mossy Cobblestone. Hab ich denn das Ding jetzt hingepackt? Bin ich mehr. Geh, einfach weit. Einfach weitermachen so. Ach, rein. Du hast das da unten schon. Wofür brauchst du denn den ganzen Redstone eigentlich? Äh, für Liquid Redstone. Okay. Ich brauch davon 256 Eimer. Das, ich brauch 256 Redstone. Okay. Und das sind wieviel? 256? Ja, ne, ich... Sind, glaub ich, paar mehr. Sind, glaub ich, äh... So ein Tausender-Bereich. Ich glaube... Ich weiß es nicht. Einfach mitbringen. Warte mal, ich kann ja mal gucken. Warte mal, ich kann ja mal gucken. Warte mal, ich kann ja mal gucken. Eins... Ein Stack gibt... äh, gibt Vichy Redstone. Weiß ich nicht. Also ein Block. Er gibt ja neun. Ich komm mal gucken. Ich komm mal in den Redstone. Äh... Muthan. Sind hundert. Also... 10 Redstone. Einzelne. Es gibt ein Bucket. Das heißt, ich brauch 2560 Redstone. Okay. 2560 Redstone geteilt durch neun. Ich brauch nur 284 Blöcke. Wie? 284? Mhm. Mach das mal 284 durch 64. Mach 284 durch 64. Das sind... äh, viereinhalb sechs. Okay. Pasch schon. Achso, oder was? Nö, nö. Noch nicht. Hab ich denn jetzt diese scheiß Maschine hingepackt? Ich... tue... Mach echt, dass ich die erste eine Ebene grad schon auseinandernehme. Ich hab jetzt... zwei... anderthalb Stacks. Ja, ich... Irgendwie kann hier Redstone herstellen, aber ist total... nervig. Ja, aber wenn du hier ne Redstone Ebene hast, hallo? Ja, weiter so eine herstellen. Jetzt frag ich mich frisch das scheiß Ding, ob ich das mental... Dann geht das abbauen nämlich schneller. Hallo, Block, wo bist du? Hallo, Flash, du bist behindert. Mutter. Und so, ich hab da so, Mutter. Mutter again? Irgendwo muss doch dieser scheiß Block sein. Wurde nicht. Ich bin vielleicht da hingepackt? Nee. Oh, da ist er! Lol! Weil ich einmal den Boden komplett auf hatte. Mach den Boden auf, den Boden auf. Boah, Regen nervt total. So wie du. Totale Regen nervt. Ach so. Zweieinhalb Stacks gleich. Dann wollen wir mal in die nächste Ebene. In die... Nächsten Raum rein, ne? Ja, komplett jetzt. Spindelig. Ne Witch. Nein, lass mich Witch. Ich hab grad echt Zaun-Spacks. Ich muss glaube ich Minecraft mal gleich neu starten. Ja, wir haben acht Minuten noch. Ach, kann ich doch anlassen. Nein. So egal. Die Aufnahme. Hier hat er noch keinen verbauten, das ist super. Da hab ich grad voll die Zaun-Spacks. Aber richtig. Boah, ist wie das nervt. Piep 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 piep. Wie viel 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 wie boaof. Ist kann ich das verbrennen, das ist klar. Ja, das wollen wir mal gleich vier spielen Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot Ja, Titus, du würdest sagen, tot, ne? ja wahrscheinlich bin aber oben mit einem das ist mir egal ehrlich gesagt ich kann auch gar nicht voran überhaupt nicht eben kommt man das überhaupt nein ich tue die redstone black einfach hier rein ok automatische milch ich will eine milchfarm bist du nicht doch ich weiß ich hoffe dass es damit funktioniert kein sound danke ok die blöcke habe ich schon schön mit gema noch dazu kennt man ja ne gibt es nicht kein block der die kacke macht wir haben schweine spawne ne warte mal schweine spawne wir haben da vorne schweine das heißt ich kann die töten da vorne das heißt ich kann die kühe da vorne sind ja mal eben vermehren zäune eine spitze hack eine spitze kack ach das ist hinter unserem ding ja gut irgendwelche blöcke mit dem baum ich einfach raus man sollte sich nicht aus dem weg aus meinem maul ich brauche platz ich hab sagt doch nichts mehr wenn flash platz brauchen dann brauche flash platz und zwar viel platz ich mach das doch seit neuesten selber also das ist doch scheißegal jetzt ja ja mir ist das auch scheißegal wir haben da eh schon mit angefangen also passt das doch ja das tue ich nicht wenn flash platz braucht dann brauch flash platz N 원�ie behindert mach doch kein unterschied okay okay post dodda muu semmu muu 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 wap bli entweder falle ich gleich runter und bin tot ne falle ich nicht so da so wie viele Hühnerproduktion Die ist ein bisschen nervt, aber... Das heißt, ich kann ja eigentlich das Schwein töten, weil wir ja einen Spawner haben. Kannst du ja auch einen Stag einstecken. Ich weiß, einen Po stecken hast du vergessen zu sagen. Kopf stecken habe ich aber gesagt. Warum soll ich mir den Kopf stecken? Warum? Okay. DAT verstehe ich nicht. So, die Kühe können ja ruhig in den Regen stehen, das juckt mich nicht. Da ruft eh gleich die Gamer an. Die Kühe dürften nicht in den Regen stehen. Alter, Spacken. Das ist gegen die Tierschutzordnung. Ist mir scheißegal, das ist Minecraft. Minecraft! Minecraft! Hallo Kühe, guck mal, ihr habt super viel Platz. Guck mal, wollt ihr nicht mal euer Außensicht genießen? Nein, ihr bleibt ja alle schön im Trockenen. Außer das Schwein das draus zieht, was eh gleich stirbt. Ihr Quäler. Nee. Doch. Ich mach das nur gerecht hier, für alle. Ich geh einfach mal wieder runter. Ist nur gerecht für alle. Hm. Du. Guck mal, ach guck mal, die Kühe trauen sich, aber das Schwein, ne? Das Schwein tut mir leider leid, ich muss sich leider töten. Das Schwein, ich muss sich leider töten. Höp. 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 Wot da, du Schwein save. Hm, glaub ich dir. Höp. Höp. Das ist die Geschwein. Das hat einen Knall. Höp. 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 Höp.